Ja, ja. Also, ich hab grad eigentlich Bock abzugehen und zu sagen so, oh mein Gott, Life is Strange wieder. Aber diese Atmosphäre ist mehr dazu angeregt, dass man sagt, Willkommen zurück bei Life is Strange. Ansehen. Ja, gruselig, ne? Können sie jederzeit reinkommen. Aber, okay, ich wollte grad schon sagen, man kann hier aber nicht überall reingehen, ne? So, und wie immer folgen wir dem Motto, lieber ein bisschen mehr gucken. Ein bisschen weniger Hetzen und dafür mehr Feeling. Was? Ich seh kein Schild. Ach so, da oben. Das ist voll cool. Ich will auch in so, so Wohnheim wohnen oder so, aber ich hab gehört, die haben meistens keinen Backofen. Das find ich schon scheiße. Also, nur in so einer Gemeinschaftsküche. Ich will einen Backofen in meinem Zimmer haben. Ich kann doch nicht ohne Backofen leben. Kann ich auch mit jedem sprechen hier? Alicia. Hat nicht letztens Sora über diesen Namen gelästert? Oh, ich bin so begeistert. Okay, das ist nicht so nett. Wirklich? Ich steh auch in der Mitte. Wow. Nice. Ich stell mich mal in den Weg, ne? Und das stört niemand. Hallo, hallo, hallo. Ich steh in deinem Weg. Egal. Okay, wollen wir nochmal sehen. Klappt. Alles gut, ne? Sieht ein bisschen gelangweilig aus, der Typ, ne? Oh, hallo, Kate. Hallo, Kate. Oh, nein. Wie war der Unterricht? Wie war der Unterricht? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin heute nicht mehr über alles. Ist es irgendwas... Max, ich würde gerne alleine sein, wenn du nicht. Ich bin sorry. Oh. Weißt du, das sagt doch schon viel über sie aus, dass sie halt mit dem Rücken zu der versammelten Mannschaft hier steht, ne? Und sitzt und lieber in diese Richtung guckt. Wo keiner ist. Was ist mit diesem Baum los? Ist das normal? Das sind blaue Punkte. Oh, 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 oh. I knew it. Direkt ein Foto machen. Direkt ein Foto machen. Was ist da auf dem Boden? Ich mach mal ansehen. Das ist eine schöne Devise. So sollte es sein. Recycling. Ja, ist das Mindeste. Das Mindeste. Oh, 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 oh. Oh, I'm always up to something. Today it's sweeping. Then painting windows. Just don't paint over the posters for Rachel Amber. You can't color over that sunlight. Pff, aber alles durch. What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Er redet von sich nur dritten Person. You knew Rachel? How can you know a prism? You just stare and all. Now I have to go paint windows. What was she like? She must have been popular. Even sunlight can cast shadows. Rachel did both at once, you know. She was like a battery. Nice. Positive and negative. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Okay, der redet ein bisschen gruselig, muss ich sagen. So, sehr gelassen. Aber scheinbar sonst ganz okay zu sein. Das hat mich nur am Anfang echt ein bisschen... Ja, kann ich verstehen, wer da ein bisschen Angst macht. Okay, oh Gott. Ah, Victoria. Oh Gott. Ich stehe mal ein bisschen dran in der Sonne, ey. Her Mean Girls. Gibt's auch einen Film, oder? What? Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Next, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. But first, let me take a selfie. Sorry. Äh. Bitch. Also, was? Vor allem, weil keiner trotzdem noch vorbeigehen eigentlich. I understand English. Get lost. I do understand English. Ah, Ringwong, Ringwong. Okay, now where exactly is the Sprinkler-Valve? Äh, hast du was vor, Mädel? Ich sehe, ich glaube, sie. Wollte ich vielleicht nachspritzen? Also, ich habe es halt auch noch keinen anderen Weg gesehen. Wir sind halt schon ein bisschen rumgegangen, ne? Okay, now where exactly is the Sprinkler-Valve? Hat sie schon einen Plan gemacht, ohne dass ich was davon mitbekommen habe? Ähm. Oh. 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 Wo ist das? Bei ihm. Pff, es wurde mir angezeigt, also muss es ja irgendwas Wichtiges sein. Und hier sind auch noch Sprinkler. Ich scheine auch kein Ventil zu haben. Samuel. Samuel, Samuel. Aus welcher Perspektive kann ich ihn ansprechen? Kann ich da gar nichts machen? Kann ich hier irgendwas kombinieren? Aha. Halt die rechte Maus, was gedrückt ist. Warte. Steuerung ist einfacher. Ich habe es nicht geschafft, ne? Okay. So ist, so ist besser. Äh. Hm. Ich glaube, ich brauche da noch eine bessere Idee. Machen das mal und klicken da drauf. Wow, 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 wow. Ich könnte den Sprinkler aufreißen und geben Victoria und ihr Klonen Incentive, um ihn zu verhören. Ach so. Manipulieren. Okay, lass uns sehen, ob das funktioniert. Was genau hast du gemacht? Hallo, Samuel. Wir sind ganz unschuldig. Oh, er holen Pilt. Das war smooth. Du schaffst das. Kann man auch Zeit vorspulen? Nee, okay, dann warten wir halt. Ich finde sie sieht hübsch aus. Echt süßes Mädchen. Ich mag die Frisur. Mhm. Mhm. Oh, oh, oh. Okay, einfach zurückgehen und eine Lösung finden. Weiter zurück! Ach man, ey. Ja, so ist besser. Wir müssen genau unterm Eimer sein. Überspringen ist ja egal. Hallo, 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 Samuel, Samuel! Halt! Da geht Samuel da Vinci, um die Fenster zu schildern. Ähm. Bisschen zurück, bitte. Ich brauche eine bessere Idee. Äh. Ach so, ich kann dann wirklich nur, ähm, ein bisschen einen gewünschten Punkt dann zurückspulen. Kriege ich sie vielleicht da drunter? Das ist der erste und letzte Mal, ich hoffe, dass ich das höre. Vielleicht suche ich auch ein bisschen beschränkt. Ähm. Dass ich nur in diesem Umfeld gerade gucke. Habe ich denn noch ein bisschen Zeit, um mich umzusehen? Vielleicht hier irgendwas... Ja. Irgendwas an diesen Dinger. Oder ich muss halt nochmal mit Samuel sprechen. Umsehen, 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 umsehen. Okay. Vielleicht muss ich echt das Sprinklerventil finden. Das Sprinklerventil. Ist halt so Sprinkler, oder? Oh, was steht denn da? Habe ich schon so einen Baum? Rachel owes me money. Pay up, bitch. Das scheint dann wohl die negative Seite von ihr zu sein. Ja, okay. Was da gerade steht, ist ja auch nicht gerade nett. Okay. Wo? Äh. What? Ich habe aus Versehen da drauf gedrückt. Egal. Das schadet eh nicht. Wenn man ein bisschen zurück spult. Okay. Wenn ich das jetzt suchen muss, das ist schon echt hart. Dann würde ich das, glaube ich, überspringen. Aha. Das ist jetzt offen. Das ist schon mal ganz interessant zu wissen. Es wird mir ja meist angezeigt, was ich anklicken kann. Ja. Das stimmt, aber du kannst es trotzdem nur ansehen. Vielleicht werden wir zurück spulen. Vielleicht wunderte ich, warum wir hier drin stehen. Ich meine, wir skippen ja gerade quasi dadurch. Ah ja. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah. Water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit cost? You look great. I can't even chill on the steps. Nice. Kann ich jetzt rein? Ah, jetzt stehen die da drunter. Moment. Ist der Eimer noch manipuliert? Vorsichtshalber noch einmal. Nice. Aber es bemerkt doch einfach keiner, ne? Pff, it looks good. Wenn sie sich schon mal Wasser aufregt. Oh Gott, was passiert dann jetzt? Oh, 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 oh. Oh yeah. Oh yeah. Ist nur die Frage, ob ich rein kann. Trösten. Ich bin nett. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. Ja. It was. But there will be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. Das klang doch ganz nett. Let's get me a towel before they hang a sign on me. What? Um. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. That was mean, but pretty funny. Just one of those days, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Dankeschön. Freundlichkeit zahlt sich aus. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Kann es sein, dass die immer ihre Entscheidungen danach bereut? Ähm. Kann man nicht springen, kann das sein. Ich würde da jetzt auch gerne reingehen. Linke Maustaste. Gut, dass ich lese. Aha, links. Links, rechts. Gott, Christella, ist eine Schwäche? Eine Tafel. Wenn das schon direkt angezeigt wird, gucken wir doch direkt. Warum? Hihihihihi. Oh Gott. So, dann kann ich doch gar nicht mal gebraucht. Das war doch nur... ...viellang. Ist das ein Vortex-Club oder eine Victoria-Club-Initiation? Truly pathetic. Okay, Tyler ist ein Sklave. Das klingt... ...einladend? As if. Ja, ja. Man kennt das ja, ne? I'd love to make a photo-collage of every person who've posted these. Mhm, okay, ich lese es euch auf Deutsch vor. Sei nicht ängstlich, sei bereit. Waffentraining für Jugendliche. Oh, was? Auch unter 21-Jährige können lernen, mit Waffen umzugehen. Ob AK oder... Pfff... Skrotowka, keine Ahnung. Wir trainieren mit perfekten Plastik-Nachbildungen. Spaßig und sicher. Spaßig. Waffen. Kommt für eine Demonstration bei unserem Banker-Bunker vorbei. Montag bis Samstag, egal. Jungs und Mädchen aus Blackwell erhalten einen Rabatt von 20%. Man, people here are merciless. Okay. Sicherheit statt Reue. Egal, wie sehr ihr einander mögt. Ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl. Am Warten ist nichts auszusetzen. Für weitere Informationen besucht Please Wait. Okay. Graffiti. Siehe, Karte, Video als Beweis. Ähm. Kannst du mich hören? Ja, das können wir alle. Bitte respektiere dein Stockwerk und deine Nachbarn. Sei im Flur leise nach 22 Uhr. Danke fürs Zuhören. Safe, not sorry. Pfff. Okay. Alles ein bisschen strange. Waffen und Überwachung oder was? Ansehen. Juliette, Extreme Reporter. Wie ist man denn bitte ein Extremreporter? Machen wir dafür ein Extremstudium? Thane ist still a cheerleader at heart. Stopping Bigfords. Mhm. Mhm. Okay. Ach, ist das schon wieder... Ja, das glaube ich aber auch, ne? Ah. Was ist denn hier abgegangen? Looks like nobody won this teepee war. There's nothing left but ghosts. Oder jemand hat es irgendwie etwas ganz Dringendes vorgeplant. Äh, wer weiß. Süß, ne? Wenn man mal so ein Reh aufs Bild kriegt. Das ist schon geil. Bathroom. Ah, das ist sogar für Mädchen. Feueralarm. Ja, das kennen wir ja mittlerweile. At least that's an alarm from this century. Oh, keiner benutzt ihn. Ähm. Ach, ist das so ein Hebelding? Weißt du, wenn das so markiert ist, dann kann man alles eigentlich kaum erkennen. Vermiss den Poster. Hatten wir das nicht schon genug? Anschlagbrett. Okay. Wieder auf Deutsch. Sei wachsam auf dem Campus. Befolge diese Tipps für deine Sicherheit. Mach dir immer bewusst, wo du bist. Okay. Lass immer einen Freund wissen, wo du bist und wo du hingehst. Melde jeglichen Vorfall sofort der Campus-Verwaltung. Lade dir eine Gratis-Campus-Alarm-App herunter. Ich glaub, die schieben hier richtig Panik, ne? Could be fun. Glad I'm not the only lonely nerd around here. Okay. Buchclub der Geeks. Suche nach Gleichgesinnten, um Autoren zu lesen und zu diskutieren. Ursula K. Le Greene, Robin Hopp, Neil Jamin, Pierce Anthony, Terry Brooks, David Calvo, Marion Simmer-Bradley und der übliche Scheiß mit fliegenden Drachen. Keine pubertären Zauberer oder Romanen über Vampir-Emos erlaubt. Und keine Jungs. Kontakt. Brooke at Brooke's at Brackville Academy zum Verkauf. Dieses Fahrrad bringt dich überall hin. Für 20 Dollar. Für Lieferung 5 Dollar mehr. Thanks for the warning. Vortex Club, coming soon. Nice! Achtung, er kommt bald. Showers. Ist sogar offen. Oh, das sieht ein bisschen gruselig aus. Ach so. Ja, das sieht in der Tat nass und rutschig aus. Das war nämlich irgendwie aus Horrorspielen. An Horrorspielen. Shower Area. Okay. Boah, das Wohnheim ist von innen ja echt ein bisschen eklig, ne? They live. Don't be a zombie. Social media has a time and place. Don't let life flash you by. A message from the Calvary Foundation. Wollen die ja damit sagen, ich soll nicht so viel am Computer hocken? Es gibt da in Ordnung eine Zeit für soziale Medien. Lass das Leben nicht an dir vorbeiziehen. Ja. Man kann es auch anders interpretieren, ne? Dass man halt auf sozialen Medien sehr viel mehr mitkriegt, ne? Okay, das ist nicht mehr anzugucken. So viel, so viel, so viel. Okay, this is just mean and stupid. We will bang for Jesus. Äh, was? Mach was Nettes. Ich hätte gedacht, das ist... Ja. Und das hat Konsequenzen? Oh Gott. Oh Gott. War das vielleicht von Chloe? Don't let depression... Achso. Auf Deutsch. Lass dich nicht von der Depression unterkriegen. Wir alle sind mal traurig und allein. Wenn du jemanden zum Reden brauchst, kannst du uns jederzeit anrufen. Tag und Nacht. Wir hören zu. Wir interessieren uns für dich. Äh, verloren. Handy. Diamanthülle. Zuletzt auf der Vortex Club Party gesehen. Bitte bei den Fundsachen im Prescott Wohnheim abgeben. Danke. Statistiktutor gesucht. Hilfe. Fast ein Monat Statistik und ich verstehe immer noch nichts. Ist das Mathematik oder Philosophie mit Graphen? Hilfe. Zahle, wenn du mir eine Eins organisierst. Hilf mir. Eine Eins. Und nur dann zahlst du das. Alter. Fleisch ist immer noch Mord. Tritt dem Veganer Club von Blackwell bei. Jeden Mittwoch bringt jeder was Veganes mit. Ach, das ist ja voll süß. Da würde ich beitreten. Join the Blackwell Vegan Club. Das ist süß. Okay. Die Nacht des Terrors. Stream along to Halloween. Nightmare before Christmas. Woohoo. Aufenthaltsraum des Wohnheims. Alle zwei Monate. Jeder willkommen. Ist der Sinn dafür? Ach, Scream. Ne, Scream. Eigentlich steht da nur Scream. Hm, weiß ich gerade gar nicht, was das heißt. Gut. Das Blit haben wir auch durch. Kommt man hier reingehen? Ne, ne? Man weiß jetzt auch gar nicht, von wem das Zimmer ist, ne? Aber ich vermute es einfach mal von Chloe. Nein, Quatsch. Die hieß nicht Chloe. Die hieß Kate. Kate hieß sie. Genau. Die arme. Ach, du zeichnest jetzt auch was. Aber ist auch bescheuert, dass da jeder was draufschreiben kann, ne? Max. Du, das Blit sieht ein bisschen Depri aus, ne? Obvious, but true. Ach, der Süße. Lass das doch. Oh, das ist sogar offen. Bisschen gruselig. Aufenthaltsraum. Ist ein gruselig. Oh, Victoria. Gib mir einen fucking Break. Bitte change your whiskey to see. Aber heißt die dort anders? Candy? Candy? Ach so, wahrscheinlich original. Original, saga. Äh, 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 äh. Ach, keine Ahnung. Aber was ist dieses Poster wirklich versuchen, zu erzählen? Was? Dies ist dein Planet. Und wenn es darum geht, die Umwelt zu schützen, bist du der Boss. Die Entscheidung ist unsere. Also erhebe deine Stimme. Rette die Erde. Und dann ist da sowas drauf. Alles klar. Alles klar. Tafel. Hi. Warren should be all overbrook. They're perfect for each other. Pie. Süß. The Forks. Das ist eine süße Tomate. Kann man nichts ansehen. Und, ähm, also, ich glaube, in jedem Part, weil ich jetzt immer das Gefühl habe, ich habe nur Schwachsinn gemacht und nur gelesen. Äh, aber ich sage es tatsächlich mal, dass ich den Part beende. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier betrete, kommen vielleicht auch Speichern wieder. Das wäre ganz nice. Home sweet home. My favorite cocoon. Oder auch nicht. Dann muss ich halt improvisieren. Aber, ähm, das war es jetzt mal für den Part. Die Feuerinnen waren ja mega lang. Und dann kann ich zum Anschluss auch noch den nächsten aufnehmen. So machen wir das jetzt. Guter Dankeschön fürs Zuschauen. Und, ja, im nächsten Part wird es bestimmt, ich weiß nicht, ob es da spannender wird. Das kann ich nicht versprechen. Aber es ist immer noch cool. Es ist cool. Okay, Dankeschön. Und, tschüttelü, bis denne.